Hallo, mein Name ist Thorsten Bartel. Herzlich willkommen bei Invasio. Heute haben wir ein ganz interessantes Thema. Es geht um das Thema Immobilienvertrieb. Was da die wichtigsten Punkte sind und ob das persönlich etwas für euch ist, das erfahrt ihr in diesem Video. Also dranbleiben! Und wenn euch das Video gefällt, dann teilt und liked dieses Video und abonniert den Kanal. Vergesst nicht die Benachrichtigungen einzuschalten, sodass ihr kein Video mehr zu diesem Thema vergesst. Solltet ihr Fragen haben, gerade speziell zum Thema Immobilienvertrieb, dann könnt ihr diese gerne in den Kommentaren unter diesem Video hinterlassen. Also viel Spaß mit dem Thema Immobilienvertrieb. Also legen wir direkt los. Was ist Immobilienvertrieb? Also der klassische Immobilienvertrieb, wie es schon sagt, vertreibt Immobilien. Es gibt zweierlei Kategorien, entweder den Eigennutzer oder den Kapitalanleger. So, dann muss man wissen, welche Arten von Immobilien vertreibt der noch. Ein Neubau, ein Bestand, ein Denkmal und vieles mehr. Es gibt verschiedene Arten. Und jetzt muss ich natürlich auch wissen, wenn ich diese Immobilien vertreiben kann, was sind denn so die Grundvoraussetzungen überhaupt, die wichtig sind, dass ich da angreifen kann. Also wichtig ist ein Weg zum Gewerbeamt und ich melde einfach hier mein Gewerbe an, dass ich Immobilien vermitteln darf. Das zweite ist das Wissen, das ich mir aneignen muss. Dazu kann ich euch nur empfehlen, es gibt hier Fortbildungsmaßnahmen, Weiterbildungsmaßnahmen, um einfach eure Kompetenz in diesem Bereich zu stärken. So, das dritte ist dann natürlich eins, man braucht die Kunden. Und deswegen oft die Frage, wie kommt man denn an die richtigen Kunden? Dazu kann ich euch sagen, ihr braucht die Kunden für euer Projekt. Das heißt, auch für euer Produkt. Vermittelt ihr Eigennutzer, habt ihr ein anderes Klientel, dann habt ihr Kunden, die da einziehen wollen, dann achten die mehr darauf, Südbalkon, Tageslichtspart etc. oder geht es um den Kapitalanleger, wenn ihr diesen vermitteln wollt. Da geht es um System, da geht es um Konzeption, da geht es um Zahlen, Daten, Fakten. Ein Punkt, den ich euch auf jeden Fall mitgeben möchte, ist das Thema Bauträger oder auch Vermittler in der Vermittlerschiene, dass ihr darauf achtet, mit wer sind eure Netzwerkpartner, wer sind eure Partner im Rahmen des Verkaufs. Das heißt, lasst euch die Referenzen zeigen, lasst euch zeigen, was diese Leute, wie lange sind sie am Markt, was machen die bisher und redet auch mit anderen Referenzkunden oder Referenzvertrieblern über die Tätigkeit, weil das ist, glaube ich, das Wichtigste. Und jetzt möchte ich euch mal ganz kurz auch noch erzählen, wie so ein Tagesablauf dann eines Immobilienvertriebs anfängt und wo die Arbeit startet und wo sie eigentlich endet. Also, wir gehen mal kurz durch, dass wir die Akquise nehmen. Das heißt, es ist wichtig, dass ihr halt entweder Projekt oder Kunde habt, der etwas kaufen möchte. Dann gibt es ein sogenanntes Exposé. Das kriegt ihr auch teilweise geliefert. Da stehen Daten drin, die wichtig sind, um für den Kunden eine Entscheidung zu treffen. Und dann helft ihr diesem Kunden auch natürlich im Rahmen dessen der Kaufentscheidung der Finanzierung. Dann gibt es eine notarielle Abwicklung hintendran. Das seid ihr natürlich auch dabei. Bis zur Übergabe des Projektes. Und das ist das, was eigentlich so in dem ganzen Tag immer wieder strukturiert passiert. Entweder man hat Besichtigungstermine für neue Projekte, man hat Bankgespräche mit den Kunden oder auch mit den Vermittlern. Und es gibt Übergaben, Abnahmen etc. bei diesen Projekten. Das war es eigentlich vom Prinzip her zu den Kernpunkten eines Immobilienvertriebs. Wer von euch hat denn schon mal mit dem Gedanken gespielt, ein Vermittler zu werden oder ein Immobilienmakler zu werden? Wir haben hier eine Umfrage gestattet. Also es würde mich freuen, wenn ihr da mitmacht und die Ergebnisse werden wir dann sicher auch bekannt geben. Es ist nach wie vor für mich ein extrem spannender Beruf, erlernbar. Es gibt einige Hürden, das muss man auch sagen, die muss man nehmen. Aber keine Angst, es gibt nichts, was man nicht lösen kann. Wenn euch das Video gefallen hat, dann teilt und liked dieses Video und hinterlasst mir eine Nachricht in den Kommentaren. Auch für Anregungen sind wir gerne da. Abonniert den Kanal und schaltet die Benachrichtigungen ein, somit, dass ihr kein Video mehr verpasst.